Herzlich willkommen in der Volkshochschule Unteres-Remsthal. Mit ihren fünf Trägerkommunen Weiblingen, Fellbach, Weinstadt, Kernen und Korb bietet die Volkshochschule Unteres-Remsthal Bildung für rund 150.000 Menschen an. Die aktuellen Programme erscheinen jeweils im Januar und Juli. Firmen, Vereine und andere Organisationen können über das offene Angebot hinaus maßgeschneiderte Weiterbildungen im eigenen Unternehmen oder in den modernen und ansprechenden Räumlichkeiten der VHS durchführen lassen. Die VHS verfügt über eine aktuelle technische Ausstattung für alle Belange sowie über bestens qualifizierte, motivierte und erfahrene Trainer und Kursleiter mit einem breiten Themenspektrum. Ob Entspannung oder Fitness im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie Sprachkurse, EDV-Schulungen, Teamworkshops, Koch-Events und vieles mehr. Von der VHS erhalten Firmenkunden ein attraktives Angebot. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie.